Hallo People of the Internet, mein Name ist Cap'n Chaos 84 und meiner Destroyer Namazoni 7. Und zusammen sind wir Team Aufzug. Immerhin hat's jetzt so Semi geklappt. Ah ja, das wird noch. Ja, wir sind in der letzten Mission. Wie auch in der vorherigen Folge sind wir jetzt wieder in der letzten Mission. Ja, wir müssen sagen, wir sind nicht gerade durchgeplant, aber naja. Das macht unseren Channel doch so interessant, oder? Ja, gut. Ähm, ja. Letzte Mission. Endboss vielleicht. Mal schauen. Ja. Ich hatte Fragen. Herrin, warum diese Festung? Sie sieht aus wie ein einfaches Lagerhaus. Das ist sie. Und deshalb sind wir hier. Diese Barbaren. Sie sehen aus wie ein nettes Volk. Hm? Sie umarmen sich, als wären sie alle verwandt. Aber das ist nur Fassade. Bei Nacht fallen sie mit ihren Messern übereinander her. Wenn es Wölfe unter ihnen gibt, Sollten wir sie nicht loslassen. Nun hatte ich neue Fragen. Fragen, die noch schwerer zu beantworten waren. Ich werde mir die Rüstung nie wieder waschen. Sie hat mich angefasst. Ich spüre gerade ein bisschen Liebe in meiner Rüstung. Doch Zweifel sind Teil der Aufrichtigkeit. Ja, ich kämpfe nicht gerade. Ja, ich bin mittendrin statt nur dabei. Hier, gerade zu überlegen. Ah, noch Schicks. Das ist... ...und zu hoffen. Wir kriegen auf ihn mit der Tag. Sehr, sehr. Ja, du lagen sie dir. Ich weiß, es ist neu von mir. Oh. Unsere Ramme wird angegriffen. Ja, haben wir ihn... So wird es gewerbt. Nein. Müssen wir oben drauf? Auf die... Scheiße, oder? Ich glaube, wir müssen sie verteidigen. Okay, wie geht der? So. Habe ich ihn mal ein bisschen aus dem Leben geboxt. Okay, lass angreifen. Nein. Ich mach das mal hier wie bei der Stadt. Ich guck einfach mal zu, wie die anderen arbeiten. Schützt die Ramme. Ja, die schießen auf mich. Die Ramme wird bedroht. Aufpassen, dass du nicht irgendwie... ...ähm... ...scharf sitzt. Überall. Der Drache führt mal ne Klinge. Kann man hier rauf? Kann man nicht, ne? Schade. Ne, hab ich auch schon gesehen. Die massakieren die Mannschaften! Wir waren tief hinter den feindlichen Linien. Es gab keinen Weg zurück. Nur vormärz. Beschützt die Ramme. Oh, ne Valkyre. Ich glaub ich brauch da ne Hilfe. Ja. Cool. Hat die sich gerade ausgeruht? Ich denke schon. Da oben ist was zu entdecken. Da an dem, äh, an dem abgebrochenen Turm. Wo? An dem abgebrochenen Turm hier rechts neben der, äh, fast rechts neben der Ramme. Genau da. Beschützt die Ramme. Irgendwo... Irgendwo ist die... Hier ist Loot. Heil dich. Das ist zu lange, ja. Hier schiessen sie doch. Das ist der, äh, der Typ hier. So, wo gab es Loot? Ja, ich sehe wo die Schieße. Hier ist einer. Hier. Hier, äh. Hier müssen wir mitlegen. Ah, ist es! Hier ist was zum Entdecken. Ja, ich hab gerade hier den... Einen... Einen... Ich bin tot. Einer an der Ramme. Ja. Flup! Da bin ich wieder. Okay, ich schieb dann schon die... Wo gab's noch was zu entdecken? Am ganz links. Vorne beim Tor. Da, wo die Schiffe stehen. Wir wussten, dass es nur einen Tag dauern würde, bis Wikinger Schiffe ins Wärmgard ankommen und uns vernichten würden. Aber ich hatte vor, bis dahin nichts für Schiffe ins Wärmgard ankommen. Aber ich hatte vor, bis dahin nichts für Schiffe ins Wärmgard ankommen. Ach Scheiße, du bist zum T-Punkt. Du bist zum T-Punkt. Ja. Das ist der T-Punkt. Das ist der T-Punkt. Das ist der T-Punkt. Ja. Da war da, wo du bist. Ja, hab ich schon gesehen. Ich hab'n Pfeile im... ...rück. Ich hab' zwei Pfeile im Rück. Das ist wohl cool. Ich hab'n Pfeile im Rück. Ja, aber wir haben nicht mehr ausgedrückt. Das ist ja auch. Ich hab'n Pfeile im Rück. 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 Schatz, die Halle, ne? Ist doch gar keine. Was ist hier noch was? Geh'n hier ab. Ich glaub, es legt. Ah no, jetzt sitzt sie wieder in Bewegung. Ne, die Minions, wenn die... Ah ja. Jetzt musst du weiter... Checkpunkt erreicht. Ja, jetzt musst du wieder hoch, glaub ich. Oder? Bam. Oh. Was war das? Die Tür eben, konntest du auch entdecken. Die Tür? Die Tür eben. Oh, das kann... Oh. Eine männliche Valkyre. Oh yeah, muss ich wieder kennen? Nein, die müssen sie dort kennen. Sehr gut. Die Ereial der Festung. Wow. Scheiße, ich bin tot. Das ist richtig gut hier. Ist also gut. Und wenn der mal sterben würde hier. Geh' dann mal weg. Ich kann nicht mehr. Das ist wahrscheinlich. Okay. Jetzt können wir uns ganz auf den Boss hier konzentrieren. Ich bin der Tür. Alter. Guck dir mal denn seine Lebensleiste an. Ich krieg' den gar nichts. Doch, jetzt hab ich wohl. Schlaf gut so. Ich hab's mal gemacht. Jo, er hat uns beide gebloppt. Ja, weil wir beide nach oben geschlagen haben. Halt dich, sofern du kannst. Ja, gleich. So jetzt. Wieso haben wir das alleine schaffen, hier denn? Ich hab' ne Idee. Die Idee hat funktioniert. Ups. Echt so? Geht das jetzt als Arbeitsunfall durch? Genau. Na, Schnucki? Okay. Er ist geklont. Da haben wir noch. Wir waren drin. Das war der Untergang der Wikinger. Ähm. Wo bin ich? Ich hab' ihn wieder. Ich hab' ihn wieder. Ich hab' ihn wieder in der Gegend gestoßen. In die Gegend gestoßen? Das kann ich auch. Pass mal auf. Weil er dagegen rüchte sich. Gegen diese Snagelbretter. Achso. Oh. Jetzt wird's hart. Hier kann man was luken. Nach so. Okay. Ich... Metze nicht noch eine bisschen. Ohne Ballführer. Kriegen wir einen? Kriegen wir einen. Ups. Ja, ich bin nicht die Ballführer. Ich bin gekocht. Okay, komm, du von hinten. Genau so. Das ist Team-Aufzug. Team-Aufzug. Oh, da ist er schon wieder. Ja, wie cool. Und noch ein Ball. Und noch ein Schwert. Und noch ein Schild. Und noch ein Schild. Und noch ein Helm. Jetzt, gehst du! Oh, traurig. Die sabbern. Ohne, oder? Oh! Der hat nur Wölfe! Das ist ja wie... Wo bist du? Ach, da. Ich renne Wölfe da ja. Weißt du, was das ist? Ein Wolf? Ein Ruh. Ein Ruh. Okay, wo bleibt meine Jallerhorn? Es sind... Es ist Wolfsrudel. Alter, die Wölfe gehen mir auf den Sack! Ja, ich komm eigentlich an sie ran. Du musst warten, bis sie angreifen. Nee, ich halt auf eine Hunger-Montage drauf. Doch, doch, du musst warten, bis sie angreifen. Und dann hauen. Ja! 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 Okay, geh du auf, den Deckel! Da, da! Ich bin tot. Nein! Da kommt ein neuer Wolf. Einer? Einer ist gut. Gebt auf, euer Volk muss nicht sein. Alter, was? Die Wölfe gehen mir nicht auf den Sack. Man kriegt den, den dicken nicht. Ich kann ihn nicht schlagen. Yes! Ein Wolf ist tot. Jetzt hab ich ihn noch. Sorry. Nicht schlimm. Komm her. Du. Ich hab ihn da, ein Wolf. Wieder ein Wolf. Achtung, hinter dir. Mhm. Okay. Checkpoint. Hier, den könnt ihr haben. Lass uns den. Alles klar. Das sind doch keine Gegner. Das sind Minions. Das sind Zahnstocher. Cool. Warum hat der in Half-Life? Warum hat der in Half-Life nur die Hälfte vom Leben gehabt? Hat der schon gekämpft? Hat der vorhin gekommen gewesen. Der hier. Oh, wir sind uns zwei. Warte mal, hier kann man looten. Ich glaube, das ist ein Endplan hier. Ohne halt, glaube ich auch. Das ist ein 2er. Ich bin auf der falschen Seite. Okay. Genau. Das ist schon cool. Ja, hier ist es. Was ist auf aum popular? Oh, das ist euich. Jetzt kämpft er aber unüberlegt, alter. Und er steckt jetzt auf einmal so viel... Ah! Nein! Nein! Das ist x2 Oh Ihr habt gut gekämpft Seilhehl euch holen! Mercy, warum sind wir hier? Ich glaube ihr wisst es Hunger Hier lagern sie ihr Saatgut Es wird keine nächste Ernte geben Bis zum Winter werden sie sich für die übrige Nahrung gegenseitig umbringen Ich habe geschworen Für den Frieden zu kämpfen Und ihr auch Ihr alle Jo Oh 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 Warum verbrennen wir sie nicht auf? Was glaubt ihr, was die Clans tun, wenn wir alles verbrennen? Sie verhungern. Sterben. Sie vereinen sich. Doch wenn noch etwas bleibt, gerade genug für zwei, vielleicht drei Clans, dann werden sie um diese Überreste kämpfen. Und die Wölfe unter ihnen erheben sich. Wir sind nicht hier, um sie auszulöschen. Wir sind hier, um ihnen zu zeigen, wer sie sind. Um sie zu befreien. Was ist da oben? Gehen wir nach Hause. Unährenhafte Entlassung. Ja. Ja. Das erste Kapitel. Ich check's immer noch nicht, aber egal. Alter, wie viele Sachen krieg ich denn hier? Ja, geil. Ihr kriegt eine Gravur und alles mögliche Friedenshüterinnen-Helmschmuck. Eroberer-Helmschmuck. Wächter-Helmschmuck. Krass. Sehr cool. Und Farben. Ja, sehr gut. Mhm. Ja, das ist das erste Kapitel. Ja. Ein wenig verwirrend. Aber cool. Aber unterhaltsam. Ja. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge starten wir dann das Kapitel 2, die Weakimmer. Mal sehen, ob das genauso gut ist. Und dann hauen wir den Samurai mal kräftig auf den Hintern. Genau. In diesem Sinne, bis dann. Tüdel... không? Tüdel... Libertymaster. Tüdel... tüdel... Tüdel...